Didi, kannst du dich drehen? Momentan hänge ich hier ziemlich fest. Oh, so ein Bug hatte ich vorhin auch. Ah. Wooo! So. Galimat. Wie du da drin hängst. Kannst du uns wieder heilen, Katrin? Hä? Kannst du heilen? Nee, ich hab grad geheilt gehabt. Achso. Muss jetzt wieder warten. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich hab dich. Ja, perfekt. Kann ich mich auch wieder bewegen. Ich sag Bescheid, wenn ich wieder heilen kann. Dann kommt ihr zu mir, ja? Oh, Peaches, du bist so mutig. Ja, aber ich kann mich unsichtbar machen. Wenn ich unsichtbar bin, hüpfe ich rein. Voll Gas. Ins Getümmel. Ich kann euch heilen. Mach. Kommt her. Kommt her. Danke. Oh, jetzt bin ich hier. Jetzt hast du nicht, ähm... Ja, egal. Kannst du mich mal beleben, Katrin? Ja. Danke. Okay. Guck mal, wir wären doch Team Pelger hier. Früh Gas. Gut, gut. Wir checken. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte eher verspringen. Soll ich nochmal ein bisschen heilen? Habt ihr... Braucht ihr Heilung? Guckt nochmal her. Oh, ich bin down. Oh nein. Oh nein. Weil... Ach so, da war ja noch einer. Oh, ich bin schon wieder... Doch nicht. Wie geht meiner denn ab? Ah. Ah. Du musst... Du musst mal auf rechte Maustaste. Ja, das habe ich gerade. Der hat gerade auch reingestochen wie so ein Geisteskranker. Genau. Ich drehe mich da immer auf. Warte, ich heile euch gleich nochmal. Ich heile euch gleich nochmal. Meist... Was schmeißt du in die Runde? Was ist denn das? Ist das ein Keks? Chips? Ach, Chips. Okay. So. So, wartet jetzt. Jetzt. Sehr gut. Ich kann heilen. Mit meiner Keule. Was glaubst du, was ich mit meiner kann? Warte. Will ich das wissen? Das musst du wissen. Oh. Ah, nicht auf mich, nicht auf mich. Ich bin doch so zerbrechlich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da kommt schon wieder raus. Ich bin doch noch Ratten. Shit. Bye-bye. Lass uns wieder in das Versteck gehen. Das ist sicher. Schacki! Schacki! Danke. Warte. Vor allem wie ihr dann zu Holz werdet, ne? Ja. Seht ihr, du hast jetzt gerade kurz Holz? Mega gut eigentlich. Richtig cool. Oh nein. Oh nein. Hä? Oh? Jetzt hat das Spielmeamener gestockt. Irgendwie. So. So eine Ratte ist überhaupt gar kein Problem, ne? Nö, so eine Ratte geht. Ja, mach mal. Bitte. Wartet ihr müsst kurz warten. Ich, ich lad noch auf. Dann können wir weiter. Gleich. Gleich. Katrin lädt. Warte. Oh Katrin. Wie er fängt, wie er weghüpft. ich kann immer mal wieder zwischendurch zwischendurch wie kommen wir da hoch hat jemand abbrust ja versuch mal da den abzuschießen gleich ich glaube ich gar nicht doch ich triff so auch das ekel voller raten und mit langen schwänzen nein was für dich kam hier gibt es nur vegetarisch war dann spiel ich wieder rocket league überhaupt nicht ich hasse dieses spiel wieso gibt es für mich nur vegetarisch ich mag das spiel nicht ruppeling ich habe es hassen gelernt irgendwie ich weiß auch nicht hier ist so eine scheiß fliege so einfach mal drauf warte bei mir bei mir ist bei mir einfach gerade nur stock das spiel weil viel zu viel kommt ich sehe nichts ich komme nicht auf den stein ich sollte mal mit arg anfangen ich habe arg aber das ist nicht so meine art von spiel hat mich vertan mein fabi ich habe hier gerade irgendwo ein ne so katrin wer hat die armbrust ich hau mal hier drauf fix du den runter das habe ich schon probiert das scheint nicht so recht zu funktionieren wie sie alle probieren geht nicht ist kein loot 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 aber ihr schaut so aus eigentlich ne ah warte mal weißt du was was geh mal auf meine schultern ja waren wir schon achso geht nicht hier ist ein shop hier ist ein shop aber 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 hier waren wir doch schon hier ist ein shop aber 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 hier waren wir doch schon da waren wir doch schon aber hier waren wir doch schon wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind im krass gegangen ja na gut dann gehen wir woanders big hi gute nacht sirius achso du meinst wegen wegen äh aber ich kann euch doch heilen ich finde das gut dass ich euch heilen kann wegen armbrust ne meinst du chucky ja ne ich kann euch heilen ich habe mittlerweile gemerkt wenn ich mich da mit der rechten maustaste mitten rein stürzt dann kriege ich wieder durch diese komischen bällchen da wieder leben zurück wenn du ich habe ich habe gerade irgendwie ein bisschen hot auf den ohren hot 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 was ich habe gemerkt wenn ich mich mitten rein stürzt kriege ich durch die bällchen wieder leben zurück und dann kann ich eigentlich fast mittendrin stehen oh wo seid ihr hin wo seid ihr hin wohl äh wo müssen wir denn jetzt hin seite links oder rechts raus die links wo müssen wir denn jetzt hin ah hier das ist die frage für stengel reiten overwatch und sexy chunkred ist kami zu haben ja ist das stengel reiten müssen wir auch mal wieder bis das anhört ne hier ist doch ein kreis laufen äh stimmt äh 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 bei haben wir etwas übersehen oder so hier ist noch eine tür hier ah da Hey, follow me! Hey, follow me! Hey, follow me! Da! Da! Ah! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Läuft wieder bei euch! Bei uns! Ach, hier ist schon wieder ein Dings! Ey, wir können jetzt ins nächste Level! Ey, wir sind gut! Ne, echt cool! Ja, und gar nicht so oft gestorben, gell? Ja, das ist die letzte Zeit nicht mehr, ne! Läuft! Läuft! Wupp, wupp! Der, der, Schuh! Gute Nacht, Nino! Gute Nacht! Colin, hi! Hallo! Wie viele Ebene gibt's doch eigentlich? Ich musste mich gerade sehr zusammenreißen, das Stengelreit mich zu kommentieren. Aber ich kann mich ja benehmen. Echt? Aber du hast es ja jetzt kommentiert, dass du es kommentieren wolltest. Jo, könnte es langsam. Langsam. Ich glaube, es gibt fünf Level aktuell insgesamt. Und jetzt haben wir... mit einem Binomen. Jetzt sind wir in Level drei. Drei, glaube ich, gell? Glaube ja. Oh, Loot, Loot! Echt, du kannst weiter fort. Ah! Ja, kurz! Anders hinsetzen! Und dann... ...dass schon wieder weitergehen! Ja, 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 ja! Soll ich euch nochmal heilen kurz? Bleibt mal hier kurz, bevor ihr weiter... Ach, ihr seid schon. Okay. Kommt mal in die Mitte! Kommt mal in die Mitte! Aber wir sind noch voll eigentlich alle, oder nicht? Ah, nee, nee. Doch! Also ich bin nicht voll. Ja. Nee, ich war auch nicht voll. Zumindest nicht, äh, gesundheitlich. Ich war noch nie voll. Das ist... Oh, nee. Wow! Oh! Wow! Ich finde das cool, dass da so manchmal so Level dabei sind, wo wir ein bisschen... Nach euch! Aber hier ist noch eine Tür. Aber ich glaube, ich gehe auch lieber mal durch die Tür. Was ist denn hier drin? Wart ihr da schon? Nö. Entscheint, oder? Ich nicht. Du! Wow! Wow! Hihi, Schwertscheide! No, no, no. Ihr Schweinchen! Jetzt müssen wir alle da warten noch, bis alle drüben sind. Nein! Nein! Oh, Mann! Ach ihr Lieben, schön, dass ihr alle noch da so da seid! Und mit uns Looter King spielen! Die ganze Welt ist durch Kavi versaut, als ob! Also ich weiß nicht, was ihr habt, ich bin drüben. Die Tür ist nicht... Irgendwie auch! Irgendwie auch! Irgendwie auch! Wo bist denn du, Chaki? Chaki, wir sollten doch hier... Wir sind doch durch die Tür gegangen! Also hier ist bei mir diese eiskalte Tür! Ja, du musst jetzt hierher... Na, wir sind hier bei der Tür! Du musst schon zu uns kommen! Du musst ja durchgehen! Achso, du bist da drüben! Ja, wir sind alle hier! Du musst zu uns kommen! Ich loot hier erstmal noch ein bisschen! Ah! Oh, hier hat's drei Fässer, vier Fässer! Ich korrigiere! Hatte! Ach, Dark Wolf! Vielen, vielen Dank! Schon geliked, ne? Gute Nacht, Captain Anna! Schön, dass du da warst! Gute Nacht, Anna! Captain Anna! Warte mal! Schau gerne immer wieder rein! Dann machst du ganz gut den Stream! Ach! Gute Nacht, Captain Anna! 87, vielen Dank! Danke, Classic Man! Seh es super! Hiehst du, Cami? Chucky? Chucky, kommst du zu uns? Ich versuch den Weg grad zurückzukommen. Aha. Was sagst du davon? Nee, kommst du jetzt nicht mehr. Du kommst hier nicht rein. Oh je. Was machen wir? Ja, siehst du, wärst du mal zu uns gekommen? Ihr kommt einfach zu mir. Wie sollen wir das denn machen? Na 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 na. Da wo du stehst, geht es direkt über die Kette. Auf die rechte Dingens. Ja, und jetzt? Oh nein! Ja genau. Die Frauen springen mal Kolle tief ins Verderben. Und dann springst du auf diesen Pfosten, der da vorne einzeln hochsteht. Oh, schön. Der Pfosten, der hochsteht, wie du jetzt gehört. Gute Nacht, schlaf schön. Der Pfosten, der eine. Ich hab den amüsanterweise auf Anhieb getroffen. Wann spiel ich Rocket League? Das weiß ich nicht. Ich kann's ja eh nicht laut, äh, laut Aussage der lieben Leute. Immer. Soll ich häng jetzt hier umruhig? Nein! Oh nein! Du siehst du, Kami hat's geschafft. Aber, ich weiß nicht, wenn jemand Bock hat später noch ein bisschen Rocket League.